kalt aber geil kalt aber geil jetzt frisch so wir sind jetzt hier in einem naturbad nicht weit weg von rameos del aqua bei dem wir gerade waren und es ist unheimlich schön hier es ist so schön prickelnd das wasser es ist vulkan stein gemischt mit irgendwas keine ahnung aber es tut sehr gut da bleiben wir noch ein paar minuten genießen die langsam untergehende sonne und sehen uns nachher gleich wieder bei einem getränk denn wir haben wahnsinns durst hier